Das Buch macht Ihnen vielerlei Angebote, die inneren Ressourcen zu aktivieren und die Lichtblicke des Lebens wieder zu genießen. Denn alles, was Sie brauchen, um Lebensfreude zu spüren, tragen Sie bereits in sich. Ihre Persönlichkeit, Ihre Fähigkeiten, Ihren Mut, Ihre Fantasie und selbst Ihre Sorgen und Ängste können auf diesem Weg hilfreich sein. Und zwischendurch können Sie sich immer wieder ganz entspannt zurücklehnen und die Imaginationen auf der CD genießen. Vielen Dank.